Jetzt machen wir einen Song, ohne die ganze Technik, aber trotzdem bitten wir um Applaus für die wunderbare Technik. Gebt mal einen schönen Applaus, das wurde alles aufgebaut. Für euch und für uns. Und wir haben natürlich auch eine eigene Crew, die mit uns unterwegs ist. Und an dieser Stelle bitten wir auch einen ganz besonderen Applaus für die härtesten der Harten, die besten Techniker der Welt, Atom und Licht, Sven, Christoph, Fanny, Buxer und Henne. So Freunde, alle diejenigen, die jetzt nicht nach genug dran sind, die kriegen es wahrscheinlich nicht mit. Da erfüllen wir gleich mal zwei Sachen. Einmal den Test, wenn die Technik ausfallen sollte, dass es weitergehen kann. Und noch einen Wunschtitel von Bill Haley, von einem jungen Mann, gewünscht. Ich hoffe, er ist noch da. Er nennt sich Shaq Rattle & Roll.